Ich sehe uns nicht in einer Abhängigkeit von Max. Ich habe ihn jedes Mal mit großer Freude an die Tafel geschrieben, dass er spielt und war sehr froh, dass er in meiner Mannschaft spielt. Aber wir sind aus meiner Sicht nicht abhängig und ich bin absolut sicher, dass wir im nächsten Jahr einen sehr, sehr guten Kader haben werden, der uns auch viele Möglichkeiten eröffnet. Florian, Max Kruse verlässt Werder. Wann hast du denn davon erfahren und wie hast du reagiert? Ja, final haben wir gestern Nachmittag zusammengesprochen, dass wir da nicht zusammenkommen werden fürs neue Jahr. Da hat er mich informiert, dass er den Verein verlassen wird. Ja, und es war natürlich, finde ich, eine Entscheidung mit sehr vielen Facetten, die man ein bisschen beleuchten muss. Auf der einen Seite sage ich ganz ehrlich, das ist das Persönliche, was ich mir rausnehme. Finde ich es natürlich schon sehr schade, dass er den Verein verlässt, weil Max und ich immer ein sehr gutes, sehr vertrauensvolles, sehr erfolgsorientiertes Verhältnis zueinander hatten. Glaube ich auch in diesem Jahr, als mein Kapitän letztendlich auch eine Menge Dinge auf den Weg gebracht hat, die auch den Erfolg in diesem Jahr mit beeinflusst haben. Das ist so das Persönliche für mich, aber ich sage auch direkt dazu, ich respektiere das absolut, dass er nochmal etwas Neues machen möchte. Das ist das gute Recht von ihm. Er hat jetzt keinen laufenden Vertrag gebrochen, sondern sein Vertrag lief aus und er hat sich dafür entschieden, jetzt nochmal was Neues zu machen. Das sollten wir alle respektieren und das tue auch ich. Der zweite Teil der Facette ist natürlich auch, dass man, glaube ich, auch eine große Portion Dankbarkeit ihm gegenüber haben sollte, weil jetzt gar nicht so sehr für dieses Jahr, da habe ich ja auch schon in der PK gesagt, das wird, glaube ich, der gesamten Mannschaft nicht gerecht. Da waren eine Menge Spieler beteiligt an einer guten Saison, hoffentlich, wenn wir morgen das noch schaffen, einer überragenden Saison, aber mindestens mal einer guten bis sehr guten Saison. Aber auch, was er vor drei Jahren gemacht hat, glaube ich, sollten wir alle nicht vergessen, da ist er zu Werder Bremen gekommen als ein Topspieler der Bundesliga zu einem Zeitpunkt, wo es sehr, sehr viele gute Argumente gegeben hätte, für Spieler dieser Qualität auch nicht nach Bremen zu kommen. Das sollte man am heutigen Tage nicht vergessen. Wichtig bleibt aber auch in der Facette zu betonen, dass da für uns natürlich auch eine Chance drin liegt für Werder Bremen. Also ich habe das ja gestern schon gesagt, ich sehe uns nicht in einer Abhängigkeit von Max. Ich habe ihn jedes Mal mit großer Freude an die Tafel geschrieben, dass er spielt und war sehr froh, dass er in meiner Mannschaft spielt. Aber wir sind aus meiner Sicht nicht abhängig und ich bin absolut sicher, dass wir im nächsten Jahr einen sehr, sehr guten Kader haben werden, der uns auch viele Möglichkeiten eröffnet. Deshalb, wie gesagt, auf der persönlichen Ebene wirklich auch ein Stück traurig, dass diese Zusammenarbeit zu Ende geht. Das ist ja auch immer so, das ist ja auch jemand, den ich fast täglich gesehen habe und einfach auch sehr geschätzt habe oder ich glaube, wir gegen uns seitlich uns sehr geschätzt haben. Aber halt auch alle anderen Facetten dieser Entscheidung sollte man berücksichtigen und jetzt bleibt uns nur noch, ihm wirklich alles Gute zu wünschen. Und das wünsche ich ihm vom ganzen Herzen, aber auch ganz klar zu sagen, es wird hier weitergehen. Das ist jetzt nichts, was uns dramatisch zurückwirft, überhaupt nicht. Müsst du euch was vorwerfen, dass ihr nicht alles probiert habt, ihn zu überzeugen oder konntet ihr ihn gar nicht überzeugen letztendlich? Nein, wissen Sie, Max ist jemand, was ich immer an ihm geschätzt habe, ist ein sehr ehrlicher Umgang und ein klarer Umgang. Max und ich haben uns schon zum Beginn der Rückrunde getroffen, haben für uns besprochen, wie wir den Plan sehen, was wir sehen, was auf dem Tisch liegt. Max hat mir gesagt, das und das sind die Kriterien, die gehören jetzt aber auch nicht hierhin, das sind Dinge, die zwischen ihm und mir waren. Und am Ende ist er zu dieser Entscheidung gekommen. Wir haben immer gesagt, wir wollen Planungssicherheit haben. Jetzt haben wir sie und von daher, glaube ich, können wir uns nicht vorwerfen, dass wir nicht alles getan haben. Aber es gibt dann halt, das hat Frank ja auch gestern gesagt, den Moment, wo dann auch Vereinsinteressen auch vielleicht mal von Interessen einzelner Spieler abweichen können. Das klingt ja so, dass ihr die Entscheidung getroffen habt und nicht er. Also auch gestern in der Pressekonferenz hat man den Eindruck, ihr wollt jetzt auch eine Entscheidung haben, jetzt her damit. Dann habt ihr sie relativ schnell danach bekommen. Die Entscheidung, die wir getroffen haben, ist, dass es eine Entscheidung gab. Und ansonsten war es bis zum letzten Tag offen. 21 Scorer-Punkte hat Max Kruse für die Mannschaft gebracht in der Bundesliga-Saison. Wie wollt ihr das auffangen, wie wollt ihr das Wetten machen? Ja, wie gesagt, wir haben da eine Menge Ideen. Erstmal muss man schon mal betonen, dass ja auch schon noch eine Menge Spieler da sind, die auch ein paar Tore schießen können, die auch in der Lage sind, diese Lücke schon sozusagen in Anführungsstrichen mit Bordmitteln, jetzt hier im Maritimen Flair in Bremen, glaube ich, ein gutes Wort zu füllen. Gerade in der Offensive, Milot Rashica, Yuya Osako, Yuya Eggestein, Josh Sargent sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Martin Harnik ist ein erfahrener Bundesliga-Stürmer. Wir werden mit Sicherheit mit Niklas Füllkrug jemanden dazubekommen, der auch für eine Menge Tore steht, der deutlich jünger ist noch und auch schon das Tor der Nationalmannschaft geklopft hat. Und wir haben auch schon noch die eine oder andere Idee, was dann sonst noch so eventuell dazukommt. Letztes Mal ist der Thomas Delaney gegangen, ist auch einer der Leistungsträger, habt ihr dann hinter Davy Klaassen aus dem Hut gezaubert. Kann man so etwas Ähnliches wieder erwarten? Ja, Davy nicht, den haben wir ja schon. Da gibt es verschiedene Varianten, aber jeder kann sich sicher sein, dass wir vorbereitet sind. Wird Max morgen offiziell verabschiedet auch vor dem Spiel? Max wird morgen verabschiedet vor dem Spiel, weil ich, das war auch sein Wunsch und ich finde es auch sehr gut, weil, und das ist wirklich auch, ich will nicht sagen, ein Aufruf, aber jeder sollte auch bei einer gewissen Enttäuschung, die ich nachvollziehen kann, nicht vergessen, was er für uns geleistet hat. Und ich finde es eine Form von Respekt, genauso wie bei Aaron, dass er sich morgen auch als Kapitän im Stadion von den Fans verabschieden kann. Leider kann er nicht spielen, weil er verletzt ist, das haben wir uns alle anders gewünscht. Er hat wirklich auch gekämpft um diese Spiele jetzt nochmal in Hoffenheim und heute und morgen. Und ja, ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, dass er sich morgen verabschieden darf und hoffe, dass er den Abschied kriegt, den er verdient hat. Und wenn mich jemand nach meiner Meinung fragt, dann ist das auch ein Moment, wo das Weserstadion sich erheben sollte, weil er hat schon einiges für uns getan. Wo geht er denn hin? Das weiß ich nicht, das hat er mir nicht gesagt und das muss er mir auch nicht sagen. Wir sind so verblieben, dass wir in einem guten Kontakt bleiben, aber ich denke, das muss er für sich entscheiden. Da wird er seine Möglichkeiten haben, seine Optionen haben, aber das kann ich nicht beantworten. Du hast ihn zum Kapitän gemacht, da hat man natürlich auch erwartet, dass es vielleicht länger geht, dass er auch ein Gesicht von Werder Bremen wird. Das hast du auch stets betont, er kann dir was, kann dir was mit aufbauen und jetzt habt ihr so viel aufgebaut. Da ist es irgendwie nicht nachvollziehbar, dass der dann ausgerechnet dann geht. Naja, auch dazu mehrere Dinge. Ich habe immer betont, das war auch ein Argument in den Gesprächen, ihn zu überzeugen, dass er natürlich hier eine Rolle hat, die wahrscheinlich schwer bei einem anderen Verein zu bekommen ist. Das muss man auch sagen, er hätte ein Gesicht von etwas sein können, was aus meiner Sicht und aus unserer Sicht, das spreche ich für Frank und mich, gerade erst beginnt. Weil ich sage nochmal, wir sehen diese Saison zwar jetzt schon als sehr gute Saison, aber wir wollen daran arbeiten, dass das dauerhaft Normalität wird wieder. Und nicht als wahnwitzige Euphorie-Saison gesehen wird. Und von daher hätte er ein Gesicht von etwas sein können, was gerade erst beginnt. Das war ein Argument, er hat das für sich so nicht als so schwergewichtig gesehen, dass er sich für uns entschieden hat, dieses Argument. Das müssen wir akzeptieren. Und zum zweiten Teil, das habe ich immer gesagt, und das meine ich auch wirklich so, Fußball ist ein Stück weit auch noch schnelllebiger geworden. Noch, ja, noch, das ist überhaupt keine Kritik in irgendeiner Form, einfach, es ist noch mehr Fokus da. Und ich erwarte immer ein Bekenntnis für eine Saison. Das ist für mich ein Zeitraum, der überschaubar ist. Da würde ich auch nicht mit mir verhandeln lassen, wenn ein Kapitän sich nicht dazu bekennt, eine gesamte Saison zu spielen, dann kann er kein Kapitän sein. Das hat er getan. Und er war auch ein Kapitän vom ersten bis zum letzten Tag auf seine Art. Aber er war ein Kapitän, mit dem ich sehr, sehr gut leben konnte, viele Dinge umsetzen konnte, die ich für diesen Entwicklungsschritt, in dem wir waren, für genau richtig erachtet habe. Und jetzt wird ein neuer Kapitän kommen und das wird weitergehen. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Wer wird das dann werden? Das ist doch viel zu früh. Mal sehen, ob es ein Neuzugang ist, der sofort in diese Rolle schlüpft. Aber wir haben natürlich eine Menge Spieler, die das Potenzial haben, Kapitän zu werden. Und da werde ich jetzt aber wirklich verrückt, wenn ich jetzt da schon Stellung zu nehmen würde. Vor allem musst du vorsichtig sein, weil die letzten Kapitäne sind immer nach einer Saison gegangen. Ja, vielleicht suche ich mir einen aus, den ich übernächst ja nicht mehr hier haben will.